Wir sind in sehr guten Gesprächen, auch immer in der Verlängerung und ich denke mal, dass wir das in den nächsten Tagen und Wochen hinkriegen werden, aber da ganz immer wenig von der Vertragssituation möchte ich einfach sagen, dass ich die Saison auch wettmachen will, dass ich beim FC bleiben möchte, unbedingt, es kam irgendwann in den letzten Wochen mal an den Punkt, wo ich mich nach der sehr schlechten Saison für uns alle gefragt habe, wie geht's eigentlich weiter und da hat es sich eigentlich direkt für mich richtig angefühlt, den Weg mit der FC weiterzugehen.